Ja, äh, morgen Frau, äh, 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 dingens, ähm, kann ich wieder in mein Büro? Was? Ne, gut, ja, dann mach ich Lounge-Office. Na, ich mach Lounge-Office. Ja, dann hätt ich gern noch einen Espresso mit etwas Gebäck, ja, aber bitte nicht dieses Mandelzeug, das klebt immer so zwischen den Zähnen, ja? Was? Ja, wo? Achso, ja, äh, morgen, äh, Herr, ne? Äh, ja gut, ne, dann, äh, das war's dann, ne? Äh, tschüss, äh, Frau, äh, äh, dingens, ne? Ja, tschüss. Morgen, Herr. Ja, hallo, Kreuz und Knatz, Artificial Communication Design. Ich hätte gerne den Herrn, äh, dingens gesprochen. Was, der ist nicht da? Ja, äh, ja gut, dann, äh, äh, hätte ich gerne den, äh, anderen Dingens. Auch nicht da. Ja, gut, ich hab nicht ewig Zeit, ne? Dann rufen Sie mich zurück, wann ich wieder zurückrufen kann, ja? Machen Sie's gut, bis dann, ne? Tschüss, Frau, äh, äh, Frau. Morgen, Frau, Frau. Boah, boah, das ist ja Spritzgebäck. Das ist ein widerliches Spritzgebäck. Das ist ja, das ist, das... Ja, hallo, Schatz. Du, ich bin's. Du, was ich sagen wollte, ich komm heut mal nach Hause, ne? Aber es wird spät. Ja, ich hab noch wieder Gespräche zu führen, ne? Dann hab ich ja noch eine Sitzung in, äh, äh, Dingens, ne? Dann muss ich ja den Zug nehmen, der hat ja meistens so zwei, drei Stunden Verspätung, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Äh, du, dann bringen doch schon die Kinder ins Bett, ne? Also, äh, haben wir Kinder? Ja, dann ist doch schön, dann hast du auch was zu tun. Ja, ich hab dich, äh, das weißt du, ne? Ich hab dich, äh, hab ich doch eben schon. Also, komm, ist gut, ne? Ich hab dich, ich hab dich, hab ich doch, ist, komm, ist, mein Gott. Ja, hallo, Frau Dingens, ich bin's nochmal. Ich wollte heut mal nach Hause fahren. Wo ist das nochmal? Düsseldorf. Aha, seit wann? Nein, um die Fahrkarte kümmere ich mich selbst. Ne? Ja, tschüss. Ja, hallo, ich hätte gerne eine Fahrkarte. Und zwar hätte ich die gerne von Stuttgart nach Düsseldorf. Fahr-ka-r-tee. Stuttgart. Stuttgart. Morgen, oh, nein. Nein, morgen, Stuttgart. 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 Düsseldorf. Düsseldorf. Hallo? Hallo? Wo kommt denn jetzt das Funkloch her? Das gibt's doch nicht. Morgen, Herr. Ja, hallo, Schatz, du, ich bin's nochmal. Du, was ich vergessen hab zu sagen, ist, ach so, ja, du bist das ja, kleine, süße Maus, na, ja, na, hallo, na, bringt dich der Papa gleich schön in den Kindergarten, ja? Was, schon in die Schule? Das ist ja toll. Hä? Du bist das ja doch. Was? Ne, hab ich jetzt vergessen, was ich sagen muss. Komm, jetzt fang nicht wieder von vorne. Ich hab dich, hab ich eben schon. Ja, ich drück dich. Ich drück dich weg. Ja, hallo, ich hätte gerne eine Fährkarte. Stuttgart. Düsseldorf. Nein. Die Stadt Düsseldorf. Nicht Dorf. Stadt. Die Stadt Düsseldorf. Nicht Dorf. Stadt. Düsselstadt. Düssel... Köln. Köln. Ach so, ich dachte, es wäre ein Computer. Nee, dann können wir sprechen, ist ja toll. Ja, ich hätte gerne eine Fahrkarte. In Sikit. Ich wohne in Düsseldorf. Äh, Quatsch. Moment, Sie machen mich wahnsinnig. Ich hätte gerne eine Fahrkarte und so. Hallo? Hallo? Mahlzeit. Nitz. Nitz. Was denn hier nitz? Nitz. Nitz. Mensch, da oben ist ganz viel nitz. Gib mir mal eine Hand. Ich muss da hoch. Äh, bleib ruhig sitzen. Mal hier. Wie heißt du? Andi. Ali? Andi. Andi. Okay, so, genau hier ist nitz. Bleib genau so, wie du bist. Ja, hallo, Geräuz und Knatze, Artificial Communication Design. Ist denn der Herr Dings jetzt da? Was? Ja, ich warte. Ja, hallo, Herr, äh, äh. Ja, schön, dass ich Sie endlich erreiche. Ja, ich hoffe, die Verbindung hält. Ja, ich häng grad mit, äh, Andi im Funkloch. Was? Ich hab gute Neuigkeiten. Jetzt ist die Verbindung ganz schlecht. Es ist ganz schlecht. Moment mal. Ist so besser. Ja? Äh, Andi, kannst du mal bitte noch mein Bein halten? So, ich... Ja, ich hab gute Neuigkeiten für Sie. Bisschen höher, Andi. Bisschen. Ja. Ja, das Computersprachprogramm ist jetzt endlich fertig. Ja, ab morgen können auch Flugtickets von Ihrer Linie direkt vorm Handy. ausgebucht werden. Ja, wie bei der Deutschen Bahn. Ja, klappt hervorragend, natürlich. Schöner Vortritt, ne? Ja, und vor allem so bequem, ne, Andi? Ja, dann wünsche ich Ihnen frohe neue Weihnachten. Ja, Sie mich auch, ne? Ja, dankeschön. Vielen Dank. Danke, Andi. Vielen Dank. Dankeschön. Eva, bitte. Eva Eiselt und der Andi. Das war die Aussichte, he? Dankeschön. Prost, Eva. Solche Geschäftsfrau. Mann, oh Mann, da kommt was auf uns zu. Das war die Aussicht, das war die Aussicht.